Hallo Welt, da sind wir wieder. Hallo Sandra. Hallo Richie, hallo YouTube. Ja, da sind wir wieder. Und wir sollen jetzt mit dem Speer. Schau bitte. Ich fahre. Ja, Richie fährt. Coole Hirsche. Stopp. Achso. Achso. Los Richie. Das Motorrad? Ja. Oh. Schnapp sie dir. Ich fahre doch. Dann fahr. Oh nein. Oh nein, wo bist du hin gefahren? Meine Waffe ist zu stark. Ich wollte erst noch warten, bis sie weiter weg sind und dann dachte ich, naja, wird schon nichts passieren. Aber dann ist doch was passiert. hat es dich auch ausgeschleudert. Hat es dich auch ausgeschleudert? Ja. Tut mir leid. Ja, komm schon. Ich schlange laden. Ladebildschirm. Kennen wir schon. Aha. Weiter, weiter, weiter. Los geht's. Oh. Oh. Gut. Und jetzt? Tore auf. Tore auf. Ja, ja, ich bin dann auch. Oh, okay. Okay, ich bin dabei. Ich bin dann voll. Bist du schon drin? Nein. Aber jetzt, komm mal. Halt dich bereit, das ist doch nicht vorbei. Ja, ja. Wo möchtest du? Vorne oder links eher? Ja, kommen Sie, heizt Ihnen ein. Das Ding trifft gar nicht. Oh, doch. Okay, das war's mit meinem Päcken. Ja, wo sind die denn? Oh, die kommen überall. Westliche Mauer. Geht's? Wow. Oh, oh. Oh, da wird schon jemand versorgt. Okay. Okay. Du wurdest entdeckt? Warum nur? Ach, das bringt doch nichts. Da kommen Sie! Zur nördlichen Mauer! Wo kommen Sie? Oh, oh. Oh, was? Oh, nein. Ich verlasse das Missionsgebiet. Das ist nicht gut. Ich brauche meine Munition. Munition liegt hier überall. Okay. Oh, bei mir hängt das Spiel. Oh, bei mir hängt das Spiel. Warum? Ich brenne. Da hängt es immer noch. Nein, nein. Jawohl. Hey. Wieso? Ah, da war ja noch so ein Ding. Aua. Das dauert zu lang. Sie werden langsamer. Lade nach, verabschte dich und mach dich bereit für noch mehr davon. Und, wie geht's? Ja. Okay. Aber wo? Oh. Hält! Augen nach oben! Geh, komm! Hubschrauber ist weg. Ja. Ja. Er fällt. Da kommt noch einer. Bei dir. Bei dir, Sandra. Ja. Da war einer. Was ist denn hier? Was macht der denn hier? Hund! Der gehörte zu uns! Oh nein! Nee, ich glaub doch nicht. Ich glaub doch nicht. Der Hund war böse. Böser Hund. Oh, die sind schon drin, irgendwie. Ja. Das halten wir nicht länger durch! Nichts wie weg hier! Bewegung! Verhindere das Bombenlegen? Die Belagerung abgeschlossen. Wow. Hilf mir jemand! Mom! 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 Hey! Hey! Sieh mich an! Sieh mich an! Sieh mich an! Hey! Hey! Geht's dir gut? Bist... Bist du verletzt? Nein, alles gut. Und du? Alles gut. Keine Ahnung. Pack an, wo du kannst. Wie schlimm ist das? Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben viele Leute verloren. Den Verletzten geht es schlecht. Wenn die Zwillinge tot sind, dann geht es schlecht. Zurückkommen. War's das? Es ist niemand mehr übrig. Was ist mit dieser Gruppe im Norden? New Eden. Moment, soll das ein Witz sein? Ich hab sie in Aktion gesehen. Sie griffen das Lager an, in dem ich festgehalten wurde. Nur zu zweit. Die haben absurd viele Kugeln eingesteckt und verschwanden dann im Wald. Die Highwaymen nennen sie Geister, aber ich weiß, was ich gesehen hab. Die Typen waren bis unter das Kind vollgepumpt. Wir brauchen sie. Ist dir bewusst, dass du vorschlägst, zu Joseph C. zu gehen? Dem Mann, der jahrelang unsere Familie terrorisiert hat? Aber das war früher. Seitdem hat er uns in Frieden gelassen, Mom. Was immer auch passiert sein mag, das war früher. Halt dich da raus. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine kriegen, sind wir alle tot. Ein Deal mit New Eden wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Einen anderen Deal gibt es nicht. Was sie auch haben, was immer ihr Geheimnis ist. Wir brauchen es. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Aha. Ja. Unterbrechen. Alles okay? Hat er dir wehgetan? Der Mann mit dem Bad? Er hat mir nur Essen gegeben. Wenn er nochmal hierher kommt, sagst du sofort Mom und mir. Hast du verstanden? Ich hab Hunger. Ihr habt gesagt, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ja, aber von dem nehmen wir nichts an. Nicht mal essen. Warum? Weil wir diesen Mann schon vor deiner Geburt kannten. Er hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat Dad wehgetan und wollte unserer Familie wehtun. Hey. Wenn du ihn siehst, renn weg so schnell du kannst. Okay? Und jetzt geh rein, mein Schatz. Sie muss es lernen. Wir nehmen keine Hilfe von Peggy's an. So, so. Teil 2. Neue Allianzen. Erfolg freigestellt. Okay. Ich muss filmen. Gut. Hab gehört, du hättest viel Gutes für uns getan. Plündern gehen? Ja. Genau. Ich hab ein paar einfache Fahrzeuge da, falls du sie brauchst. Was ist denn? Geht? Das Tor! Ja, ja. Brenner Blinder Tur. Fangen wir jetzt an. Ich folge dir. Was sind die denn? Hm. Ja. Da waren schon Tiere. oben im radar sieht man so x da bei dem x wenn irgendwo noch eins ist dann wäre da noch jemand aber ist keiner mehr die tiere haben sich die schon geholt bungrige tiere hier ist noch was ich sehe ein x oben wie weit ist er denn weg hier schlange auch so bringt ja auch der büffel ist jetzt david büffeljagd möchtest du hast du hast du ein scharfschützengewehr oder sowas ja der ist kräftig der büffel ist hinter mir her ich bin ich bin bin ich 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 lebe nein mama ich guck dir mal über die schulter haut ab ja ich glaube der ist weggerannt aber wohin hoffentlich nicht ins vor ich sehe ihn nicht auch nicht ja da ist er fort die krone sieht man auch nicht mehr ich glaube vielleicht ist er da das war wohl nur ein baum so habe ich nur so wenig sägeblätter ich weiß nicht womit man das verbessern kann dass man mehr tragen kann hier ist kein büffel mehr gut dann kommt zurück dann gehe ich noch mal rein kaufe mal sägeblätter oder so oder ich wechsle die waffe wenn ich nur über sechs sägeblätter um kann ich sauber holt naja man findet auch welche der belagerung echt geholfen aber wie sehe ich überhaupt aus wie soll das denn bitte bitte nett mit so einem roten gesicht ja ich habe ja jetzt feil und bogen dann brauche ich das eigentlich nicht oder jetzt habe ich es mir fertig gemacht egal dann nehme ich halt mal mein ich habe keine schnellwaffe aber ich habe keine schnellwaffe hoffentlich kannst du es mit den highwaymen aufnehmen du hauest physisch aber ich habe das oft genug hat hat die die Okay. Wie? Oh. Wie wechselst du denn über deine Kalotten? Über Charakter um. Und Anpassung rechts ganz oben. Und da hat man dann komplette Outfits. Naja. Nicht so berauscht. Oha. Mit Sonnenbrille. Nee ohne. Oh. Oh. Das muss ich kaufen. Okay. Kaufen oder freispielen? Hey. Wo hast du das her? Äh. Da stand ein C vor. Aber freigeschaltet. Habe ich sowas auch? Ich habe das gar nicht. Ach so. Ach so. Das ist das Highwayman. Aha. Auch gut. Okay. Ich wollte noch was kurz. Ich möchte schon mal Zri secureysien machen. Oh no. Ach so Pflote mal rein. Oh no. Ah so Pflote mal rein. Ja. Aber verbessern kann man die Waffen nicht, oder? Doch, später, glaube ich. Mit Elite-Waffen, die kann man, glaube ich... Oder wenn man Elite hat, kann man, glaube ich, auch die anderen Waffen verbessern. Okay. Gut. Ja, wollen wir dann in der nächsten Folge weitergucken? Ja. Ich gucke schon mal auf die Karte, was wir machen können. Ich würde sagen, über dem Fluss und dann den ersten Außenposten, der da ist. Heiliges Holz. Heiliges Holz. Genau. Habe ich schon markiert und dann ein bisschen wieder. Ja, dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Amen.